Wenn du vor zehn Jahren in ein Restaurant gegangen wärst und hätt's gesagt, ich hätt gerne Latte, da hättst du einen in die Fresse überkommen. Ich bin nicht scharf, ist Bulle. Ja, nö, wo steckt denn mein süßer, kleiner, schöner Kräger? Ich erhör's, mein Scharf! Ich krieg mir nicht mehr ein! Tada! Ich krieg mir nicht mehr ein!